Ach, das war die dritte. Ich verstehe. Ich hasse jetzt zurückzulaufen nur wegen solchen dummen Dingern. Ich wollte sie nicht mal aufsammeln. Wo sind die denn überhaupt? Keine Ahnung, was bekommt man denn dafür? Okay, also hier ist anscheinend gar nix. Gar nix. Einen großen Haufen gar nix. Was ist denn hier unten? Ach, nix. Hm. Na, wenn es so geht, dann werde ich wahrscheinlich noch die 8 Minuten für dieses Level brauchen, weil ich einfach so behindert empfindend bin. Und ich bin mir sicher, ich bin schon dreimal dran vorbeigelaufen und ich denke euch alle so, Och ne, der war sie doch gerade. Hm. Wow. Hä, wo sind die? Oh nein. Wo sollen die sein? Ich hab keine Ahnung, wo sie sein sollen. Ich hab echt absolut keine Ahnung. Hm. Nein. Ja, wir können auch irgendwie das hin. Oha. Ich hab ja jetzt sicher, ja, können wir. Auflegen. Nein. Nein. Oha, sneaky peeky. Nein. 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 Ich lege sie einfach hier rauf. Dann kommt sie irgendwo mal wieder hoch. Ist hier noch ein bisschen... Loll, ist das erst die erste gewesen? Muss ich nicht verstehen. Na, auf jeden Fall hier noch ein bisschen rumboinken. Wird nur, bis der Aufzug oben ist. Oder der Werbe-Heißluftballon. Ne, es ist kein Heißluftballon, es ist irgendetwas. Aber es ist kein normales Fortbewegungsmittel. Soll ich noch? Ja, ok. Ich schaute erst zum Schluss nach. Ob da noch die letzte Münze ist. Die ich überhaupt nicht will, aber trotzdem holen. Hey ihr Brötchen. Oh, die drehen um. Die drehen um. Und Collateral. So, da ist noch ein hästlicher Kürbis. Stirb. Da ist auch noch ein hästlicher Kürbis. Den bombe ich weg, weil ich den nicht mag. Ähm. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Da oben gibt es glaube ich nichts mehr. Anscheinend nicht. So, nun sehen wir gleich, ob da noch irgendwo eine Münze rumliegt. Wie. Alle Zifi. Oh, mit Airsnipe hier. Aber wir haben so viele Bomben und so viel Geld. Wir können uns eigentlich noch eine Menge kaufen. Da ist jetzt die Münze. Super. So, dann heißt es nochmal Pizza. Oh, aua. Böser Stein. Das ist ein Nierenstein. Zack. Und. Und. Geld, 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 Geld. Geld, Geld, Geld. Der Pfefferbombe. Geld, Geld, Geld. Ähm. Ich schau mal ob hier. Ob ich da oben noch irgendwas. Ne. Gar nichts. Und. Wegen nicht mal Münzen auf dem. Auf dem. Auf dem. Auf der Plattform da. Naja. Auf jeden Fall. Retten wir die beiden Laien hier. Die von Pizzamonstern gefangen worden. Genommen sind. Wie auch immer das funktioniert hat. Und. Wie es aussieht. Muss ein Part leider kürzer ausfallen. Ist ganz schlimm. Weltuntergang. Ich weiß. Ich weiß. Wie auch immer man speichert. Falls ich es nicht hinbekomme. Spiele ich einfach nächstes Mal. Ohne Aufnahme. Bis zu diesem Level. Und umsonsten sieht man sich dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Haut rein.